. Süßer Pedagros, Jon Stamos denkt an Fulhuse-Kollegin. . Die beiden sind mehr als nur Kollegen. Jon Stamos, 54, und Lori Luglin, 54, spielten zwischen 1988 und 1995 das Traumpaar Jesu und Rebecca in der Familiensitcom Fulhuse. . Privat würden sie zwar kein Paar, dafür aber BFFs, die auch noch mehr als 20 Jahre nach dem Ende der Show immer wieder ihre tiefe Freundschaft zueinander zelebrieren. . Bester Beweis, zu Geburtstag widmete ihr nun einen rührenden Beda-Gruß. Ich möchte dein Talent, dein Herz und vor allem deine Freundschaft nicht eine Sekunde für selbstverständlich nehmen. . Alles Gute zum Geburtstag, schrieb der 54-Jährige auf Instagram. . Gleichzeitig erinnerte er daran, wie lange sie sich schon kennen, ich war über 30 Jahre lang der Jesu für deine Rebecca. . Noch weitere 30 und das war's dann, scherzte er auf Insta weiter. . Zu den liebevollen Zeilen postete der Sänger ein altes Foto von sich und seiner damaligen Serienpartnerin, auf dem die beiden in einem Boot sitzen und zusammen lachen. . Die zwei Sekom-Stars teilen alle bedeutenden Momente im Leben miteinander, nachdem im April 2018 zum ersten Mal Vater geworden war, war eine der ersten Gratulanten, die den frischgebackenen Vater und seinen Sohnemann besuchten. . . Hättet ihr gedacht, dass die beiden so gut miteinander befreundet sind? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab. .